Ich hol die beiden beim Truck, so. Sehr gut. Heli kommt wieder. Hier kann man lang rennen, also. Ja, nein, lass hier hinlegen. Heli, Heli, nein. Fittig, Mann. Dieser Robo, Alter. Geh da genau da hin. Bleib da, bleib, 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 bleib doch. Ich sehe die ganze Zeit diesen Scheiß Kegel. Mein Gott. Ich hab keinen einzigen Schuss getroffen, Alter. Du rennst hier nur rum wie so ein Bekloppter. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Noch drei. Nein, Heli, du hast mich nicht entdeckt. Noch ganz viele. Oh, fuck, fuck, nein, nein, nein. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Ich verblute. Nein, nein. Fuck. Komm, 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 komm. Nein. Ich hab dich fast wiederbelebt, ey. Warte mal kurz. Ja. Aber du wurdest länger gesehen als ich. Ja, sechs Sekunden länger, glaube ich. Komm, diesmal schaffen wir das. Scheiß, Heli, warum muss der genau da lang gehen? Ist so. Wichtig ist nur, dass die Tochter reden. Reden. Komm, jetzt sofort den einen Tipp abschießen. Ja. Feucht, Heli, Heli? Nein, Heli. Sehr gut. Wissen wir. Hast du den Typen? Ja. Du tötest ihn nicht. Fuck. Loll, von wo kommen die Schüsse, Alter? Oh, mein Master-Aim, Alter. Vorsicht, da oben ist einer. Zwei. Pass auf, hinten am Truck. Hast du den? So, und da, wo ich jetzt war, leg ich mich nicht wieder hin. Einfach da, wo du warst. Wo ist denn der Heli? Der ist da ganz hin, glaube ich. Doch, achte mal auf die Map. Jetzt kommt er, ja. Einfach tönen. Kamener? Ne, ich habe aber einen Mann schon, zwei Mann geschossen. Jetzt ist er tot. Njep. Du siehst mich nicht, Heli. Schießt du mit, oder? Ja, ich schieß auch. Oh Gott. Scheiße. Das war eine richtig schlechte Idee. Oh. Ja, wie gesagt, wir müssen messern. Ja. Wir müssen eigentlich alle messern. Wir können, man kann da durchkommen und alle messern. Außer wenn man die Geiseln retten will. Ja, klar kann man das. Ja, dann, dann dich. Aber wir wollen ja die Geiseln retten. Wir sind ja Wohltäter hier. Äh, so. Oh, bist du schon weit? Ja, klar hier. Heli, Heli. Heli. Bleib hier, bleib hier, bleib hinter. Oh, er wurde getötet. Der Zivilist. Ist eigentlich nicht so schlimm, solange wir durch den Level kommen. Ist so. Also, einen haben wir ja schon. Deine Mama hat mich entdeckt, Alter. Ohne Spaß. Oh, ich verblute. What the fuck so jetzt? Champagne and Cocaine for my brain. Du kannst dich bewegen, während ich dich heile? Ja. Also, so, ich meine, auch so weg von hier. Ja. Also, so macht ja nicht gerade Sinn. Heli, Heli, Heli. Nicht schießen. Nicht schießen. Einfach hinlegen und warten, bis der Heli weg ist. Musst ja gerade genau da durchgehen, ne? Ich dachte mir nur so, ey, ich fuhr das geile Versteck und dann... Ein feindlicher Heli hat sie entdeckt. Sehr gut. Warte, warte, bleib du da stehen. Ich sniper die weg. Ich bin hier direkt dran. Ja. Leul. Der ist recht von dir. Ja, nice. Warte. Headshot. Okay, so geht's auch. Heli, wo ist der Heli? He... Ne, der... Fuck. Versteck dich. Ich bin irgendwo im Gebüsch. Ich hab keine Ahnung wo. Mann, dieser Schu... Boah. Wie er aber immer dich entdeckt, weißt du? Ja, ne? Lol. Ich bin hier durch die Map gebackt, irgendwie. Ich bin quasi durch eine Wand gelaufen. Lol. Versteck dich. Weiter verstecken. Oh ja, Heli, ist gut. Ja, genau da lang bin ich gelaufen. Guck genau nach da. Und guck nicht zu mir. Und jetzt, jetzt flieg weg. Keiner braucht dich Heli. Keiner braucht... Noll, ich werde gesehen. Ich komm gleich. Ja. Ich laufe. Ich laufe. Ach, bist du schon so weit nach vorne gegangen? Ja, sieht ganz so nach außen. Da kommen ja zwei raus, ne? Ja, drei. Ich hab alle drei umgebracht. Ach so, gut. Die liegen hier schon. So. Dann kommen hier noch zwei raus. Vorsicht, jetzt darf der Slow-Mo genau drauf achten, wo Alena ist. In der Mitte steht sie. So, und go. Hä? Ich krieg keine Slow-Mo. Hä? Ich hab den Typen doch. Ja. Sehr gut. Alter. Alter. Mann. Warte mal kurz. Jetzt will ich mal eben... Boah, 23.000 Punkte. Alter. Allein schon 20.000 Punkte, weil wir das auf Söldner gemacht haben. Ist so. Boah. Kürzlich freigeschaltet Geschütz. Ja, wo kann man die denn einsetzen, die Sachen? Im Überlebensmodus. Ach stimmt, das hattest du schon mal erzählt. Da kannst du das Zeug kaufen. Da kannst du das Zeug kaufen. Ach so. Sprengladung platzieren. Sprengladung platzieren. Aber das ist wieder so eine Übungsrunde. Wollen wir die machen? Ja, das trotzdem machen, oder? Wollen wir die echt machen? Das mal machen. Sprengladung platzieren. Sprengladung platzieren. Noch eine Runde auf dem Hinderniskurs mit neuen Waffen, mehr Zielen und Vorstößen. Okay. Bestimmt lustig. So, ähm. Was gibt's denn hier für Waffen? Oh, P90. Oh, wie wollte ich gerade nehmen? Dann nehme ich die UMP. Ey, ich will die UMP. Gib mir... Ja, die UMP, genau. Du bist ready? Ja. Hm? Boah, bitch. Oh. Du hast Zivilist getroffen, Mann. Du brauchst so lange auf dem Nachladen, scheiße. Ja? Ja. OMP geht eigentlich relativ schnell. Sehr gut. Ah, fuck. Die Treppe runter, so. Boah. Sehr gut. Jetzt wird's. Au. Ins Ziel sprinten. Sprinten. Guck mal, hier ist das Ziel. Im anderen Dingensinn ist das der Anfang. Ja. Ja, das war doch einfach, oder? Ja, eigentlich schon. Das spielen wir nicht normal. Ja, aber gut. Ist ja ein Hindernisparcours. Wie soll der schwer sein? Ist so. Widerstandsbewegung. Los geht's. Bringen Sie möglichst viele Rebellen leise zur Landezone. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin echt sehr gespannt. Was das jetzt ist, du? Yay. Wir können wieder schleichen. Oh, ja. Leise zu, Alter. Mann, ey. Am geilsten war bis jetzt diese Mission mit dem Geschütz. Mhm. Finde ich auch. Die war richtig geil. Man muss nur wissen, von wo die Gegner dann kommen. Ja, und wo die Geschütze sind. Ja. Ist das so? Ach, und hier. Also, man muss... Ja. Nee, erzähl du. Egal. Äh, sicher? Mhm. Okay, weil ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe ja jetzt hier ja der Nuka-Pipsi, der hat ja jetzt auch einen tollen Kanal. Der ist auch wieder in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr darauf vorbeischauen solltet. Sniper! Oh nein! Was ist denn bei dir jetzt los? Das Blöde ist ja, dass diese Autosniper, ne? Aber die hat, äh... Ach nee, die hat kein holographisches Visier. Nein. Ja, wö... Ah, warte, aber die kippen mit einem Schuss um. Ja. Und Multiplayer kippen die bei der Waffe nicht mit einem Schuss um. Die, wir wurden entdeckt. Hä? Eigentlich müssen wir uns hier immer und überall verstecken. Was? Wo, wo? Irgendwo ist einer. Ah, da. Hab ihn. Sehr gut. Das war wirklich schrecklich. Ja. Haben wir eine Zweitwaffe? Wir haben auch eine schallgedämpfte USP, ja. Ich nehme eine G36C als zweite Waffe. Schalldämpfer? Nö. Ja doch, hier ist Schalldämpfer drauf. Aber dann benutzt die nicht. Dann benutzt die nicht. Das ist recht. Ja, nee, ich nehme jetzt die wieder, die Pistole mit Schalldämpfer, weil wegen dem Schalldämpfer. Ja. Pistole mit Schalldämpfer, weil wegen Schalldämpfer. Lol. Hier sind Hunde im Einsatz. Mhm. Lad kurz nach. Mach das. Die ganzen aus meiner Klasse haben sich jetzt auch Black Ops 2 geholt, ne? Wollten alle so ein Sniper-Battle gegen mich machen. Nehmen alle so vollautomatische Sniper. Und wissen alle, du bist eh besser. Nein, die meinen alle, sie würden mich voll fertig machen. Und naja, der Endscore sprach dann irgendwie für sich. Das glaube ich. Ah, fuck. Fuck. Nein, nein. Genick brechen. So. Ich verblute. Wie, wie? Ach, du bist neben mir. Gut. Naja. Das ist ja alles fresh. Vorsicht, da kommen Leute, da kommen welche. Ah. Wo sind denn die? Ich seh die gar nicht da. Warte. So. Ich hab die, hab die beiden. Okay. Mann, das war nachlässig. Eximius. Ja, sagt mir. Das war nachlässig. Sagt mir doch, Minion. Was soll ich machen jetzt? Nicht so nachlässig sein. Okay. Okay. So, ich denke, die kommen jetzt da aus der Tür links. Ich geh mal davon aus, hier sollten wir auf Nahkampf umschalten. Heißen wie die Pistole. Oh, weine. Ich ne, ich bleib bei der Ersatz. Na hoch. Kommt keiner aus der Tür. Nö. Leuch. Oh, Quickscope. Oh, viel Kopf da. Nix für mich, ne. So. Double Quickscope. Mhm. Mhm. Ah, hier ist einer links. Ja. Hast du ihn? Hab ihn. Aufpassen. Wir wurden entdeckt. Fuck. Na. What the fuck. Ich schieß lieber nicht mit dem, äh, mit der, äh, USP. Ja. Oder bleib einfach hinter mir. Bleib einfach hinter mir. Und wenn die dann halt kommen, dann machen wir das. Oh, fuck. Wieder von hier vorne. Ach, so schlimm war das doch nicht. Ja, aber trotzdem. Hä? Hast du ihn? Ja, gut. What the fuck, alter? Double Kill. Mit einer, mit einer Kugel. Oh. Mann. Das war schon wieder nachlässig. Ist mir doch egal, alter. Du musst doch auf Soap hören. Lauf nicht so weit nach vorne. Hier kommen jetzt ja gleich zwei von rechts. Und ein Honig. Nice. Easy. Was willst du mir hier erzählen mit nicht vorrennen, hä? Ja, du kannst hierbleiben. Gigi. Gigi. Okay. Aber da waren ja noch welche, glaube ich. Nee. Da kommen gleich noch welche. Oder doch, oder nee? Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Warte, da ist einer. Hab ihn. Mit Hund. Oh. Oh. Wie sich das angehört hat. Auf einmal so. Keine Sorge, ich habe alle. Was hat er denn für eine Waffe? Ach, einfach G96C. Warte, das schaffen wir locker. Da waren welche? Ja, zwei Stück. Nee, aber im letzten... Durchlauf auch. Oder? Sigi? Sehr Sigi. Sehr, sehr Sigi. Super Sigi. Okay, hier kommt gleich einer. Mann, den wollte ich töten. Ich mach das schon. Er schießt nicht so oft, weil dann hören die das trotzdem. Okay. Hab ich so the feeling. Ich nicht. Habe beide. Good job.